ein herzliches willkommen zurück beim minecraft sky factory 3 mal schnell ins Bett gehen jetzt nicht mein schwert einstecken sehr schön haben wir irgendwo was glaube nicht so wir haben genau das holz weggeholt wir wollen jetzt da noch das lager ausbauen machen wir mal ein paar kisten haben wir 16 stück so wer sieht was na wunderbar geht doch mal was zack zack oder mag ich auch mal so naja weiter ok haben wir einen schlüssel da drehen wir die alle die wo nicht richtig passen genau so jetzt kriegen wir die kiste also ja ja wir haben noch einige kisten brauchen ok das will ich erstmal gucken dass ich da so sehr schön nein genau da wo sie nicht hin wird ok also das ist natürlich nicht hin so dann drehen wir die um ok dann brauchen wir vier da nehme ich ja gut sollte aber reichen eigentlich denke ich ja erinnert immer noch so nimmt er die jetzt oder sind die zu weit weg das ist die große fahrer ne die sind zu weit weg glaube ich glaube ich hmm moment genau genau Also müssen wir die wieder weg, oder? Schade eigentlich. Oder hat er da doch was eingelegt, ne? Nehmt er doch, sehr schön. Da machen wir die Augen auch kaputt. Das wird man nicht. Ja. Und dann noch so. Ah ja, ok, den wieder weg, wo ist, da ist die Axt, sehr schön. Okay. Okay. Gut. Gut. Sehr schön. Die Kiste soll noch lange nicht leer. Wooten Barrel, nehmen wir raus. Danke, nehmen wir auch was, nehmen wir auch was. Gut, das müssen wir voll sind. Ja, das ist noch nicht so das Richtige. Wie du hast ja, das hat ja auch nichts verloren. Das hat ja auch nichts verloren. Das auch nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Äh, da 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 da. Müssen auch nicht da drin sein. Okay. Los, los. Los, los. Los, 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 los. was gehört den anderen Kisten, genau jetzt muss ich aber irgendwie da hoch, dass ich da oben jetzt, wo sind denn die Schlüssel eigentlich, die sind hier So, jetzt machen wir die einmal auf, müssten die offen sein, ne, jetzt sind sie offen Irgendwo was wir jetzt noch nicht brauchen, aber im Moment sollte das erstmal so weit, ja das Prinzip dürfte ja jetzt so weit, genau, da oben, siehst du Genau, dann wird es nämlich schon wieder dunkel, ich hab noch keine Fackeln gesetzt da oben drauf, ja es ist denn wieder Jetzt muss ich da hoch Ja 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 Kuhschubser. Alles raus, alles raus, alles raus aus dem Haus. Das ist umzulegen, alles klar. Ich glaube, so kriegen wir das so ganz langsam hin, dass das ein gescheites Lager wird. Aber es bleibt halt nicht so durcheinander. Deswegen locken wir das auch gar nicht. Das ist umzulegen. Da haben wir noch 4 drauf. So. Ich glaube, das soll es für diese Aufnahme erst mal gewesen sein. Wenn mich nicht alles täuscht und ich mich nicht zu sehr verrechnet habe. Willst du heute Dienstag sein? Dienstag nach Weihnachten. Ich hoffe, ihr hattet alle ein großes Fest und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis die Tage. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.